Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Visions-Kommentary. Ihr pusht euch gefühlt auch gegenseitig immer weiter hoch und Harry hat sich gedacht, Brudis pushen, kein Problem, mache ich schon mit M-Plus-Stein. Von daher hier ist ein Clear-Run von Orgrimmar mit drei Masken. Während die Jungs hier wieder komplett eskalieren werden, ja Harry ist als Tank drin, heißt gleich Tod und Verfall, Out-of-Side-Scene, Knochensturm und raus mit die Viechers, werde ich mal versuchen, so ein bisschen die Masken-Mechanik zu erklären, weil die für viele bestimmt generell noch Neuland ist. Denn ich denke, gameplaytechnisch werden wir hier sowieso nur ganz, ganz viel Feines und buntes Verschiedenes erblicken können. Die Masken, wenn ihr das erste Mal eine Vision vollständig sauber räumt, cleart also, dann bekommt ihr die erste Maske. Wenn ihr diese Maske aktiviert, dann kann man sich das vorstellen wie zusätzliche M-Plus-Affixe. Die erhöhen jedes Mal so ein bisschen Schaden lebenstechnisch, ne, den Output der Gegner, wenn man es so umschreiben will und das stackt natürlich je nach Maske und umso mehr ihr dann mit einer Maske wieder freischaltet, beziehungsweise umso mehr Viertel ihr schafft, umso mehr Masken schaltet ihr dann auch nachträglich wieder frei. Ja, also wenn ihr das erste Mal clear macht, erhaltet ihr die erste Maske, aktiviert ihr die, macht dann beispielsweise problemlos das Tal der Weisheit fertig, dann schaltet ihr wieder eine neue frei und so weiter und so fort. Und so steigern sich die Masken quasi in Bezug auf das Sammeln eben jener und natürlich auch in den gesteckten Affixen, wenn man sie denn aktiviert. Und die Truppe hat sich gedacht, Mensch, das normale Durchspielen so einer Vision, das ist mir, das ist uns deutlich zu einfach. Wir nehmen jetzt mal drei dieser Masken mit verschiedenen, naja, Bonus-Sachen eben mit, die dann ausgelöst werden und wachsame Augen haben sicherlich schon erblickt, was das sein könnte. Wir widmen uns erstmal der oberen, ja, Hälfte oder eher dem ganz oberen Teil des Bildschirms, denn da fällt uns was auf, zwei Affixe. Eine der Masken erhöht also nicht nur generell die Schwierigkeit durch erhöhte Schadenszahlen beziehungsweise Lebenszahlen, was die Gegner angeht, sondern die schaltet auch noch einen zusätzlichen Affix pro Viertelfrei. Und die dürfen jetzt auch ändern, jawohl, wir sehen, sie gehen jetzt hier wunderbar in den ersten neuen Teil und kriegen nicht nur die Käfer, sondern auch noch diese brennenden Füße, wo man dann eben hin und her springt und so eine Feuerwoit hinterlässt. Super eklige Angelegenheit, zumal der Sprung mit dem Feuer nicht mal die Käfer zu deaktivieren scheint, das darf man dann offensichtlicherweise auch noch selber machen. Also zusätzliche Sachen, an die man denken darf und noch mehr räudige Affixe im Allgemeinen. Eine andere Maske und das sehen wir auch, die hinterlässt bei jeder Bewegung von einem jedem Gruppenmitglied, denn wenn ihr so eine Maske aktiviert, dann zählt die natürlich für alle. Und jedes Gruppenmitglied hinterlässt bei jeder Bewegung einen solchen kleinen Voidpool, also so eine leeren Voidzone, aus der man sich rausbewegen sollte. Und wir sehen, mit Schadensflächen, aus denen man sich rausbewegen sollte, insbesondere wenn ihr die Verderbnis mit dem Auge auch noch angeht, da mangelt es ja wirklich nicht in diesem gassen Teil. Oh mein Gott, dazu noch die schönen Schaben am Rand des Bildschirms von diesem Käfer-Affix des Viertels, Freunde, dazu generell verstärkte Gegner. Also das ist wirklich komplett geisteskrank, was wir hier sehen. Und das ist natürlich auch wieder so ein Ding, wo es in der Gruppe nicht gerade einfacher wird, wo man wirklich gucken muss, wo läuft jetzt wer lang, wann werden diese brennenden Füße mit dem Hüpfer ausgelöst, wann muss ich selber springen, um die Käfer loszuwerden. Ganz abgesehen von den eigenen Verderbnissachen, die eben angehen können und natürlich den nicht gerade wenigen Void-Effekten, die sowieso von den verschiedenen gesichtslosen und sonstigen leeren Dienern hier entfesselt werden. Also komplett geisteskrank, kann ich mir aktuell mit meiner Truppe auch noch nicht wirklich vorstellen. Wir sind jetzt keine schlechten Spieler oder so, aber wir sind auch definitiv nicht diese Truppe hier. Guckt euch diese ganzen Pools an, Junge. Was ist das denn? So sahen früher diese Matten aus. Kennt ihr noch Twister, wo man hier... Schön, wenn man die Scheibe drehen musste und dann irgendwie Fuß auf blau und Kopf auf grün und was weiß ich nicht alles. Ja, und linker Schlepphoden auf schwarz und whatever. So sahen diese Spielbretter, wenn man es so nennen möchte, immer aus. Ganz, ganz viele Punkte. Nur halt ein bisschen für einheitliche Farben. Und das ist eben so ein Ding, wo man ganz klar sagen kann, als Gruppe wird das nicht gerade einfacher, denn die Pools, ihr ahnt es sich ja bereits, die machen nicht einfach nur Schaden, wenn er da ein bisschen länger drin bleibt. Dann wird natürlich auch geistige Gesundheit abgezogen. So gibt es entsprechend auch noch Masken, die eben generell eure geistige Gesundheit von 100 auf 65 Prozent runtersetzen und so weiter und so fort. Insgesamt 5, wenn ich mich nicht irre. Und die aktiviert man natürlich nicht nur, weil man es geil findet, hier alles irgendwie schwerer dann vorgesetzt zu kriegen, sondern weil es natürlich auch die Belohnungen entsprechend pusht. Ja, die Gegenstandsstufen können dann da erhöht werden. Und ich glaube auch mit dem Cap, also das kann man dann auch in der Woche nur einmal machen, dann wird das immer weiter verringert, dass man sich hier nicht, wenn man eingespielt ist, mit allen aktiven Masken irgendwie in einer halben Stunde, dann wenn man da durchrusht, irgendwie volles Mythisch-Gear erfarmt. Also so schlimm ist es auch nicht. Sehr schön auch die ganzen Pools hier. Guckt euch das an, wenn man da rumwuselt oder wenn man jetzt auch ein Schorke ist, der gerade frisch aus der Arena kommt und ständig hin und herjumpt. Junge, zack, ganz am Melee-Bereich verbaut, wie wenn man in der letzten Zotti-Phase irgendwie die Voids vorne beim Boss ablegt. Und dann baust du dich da schön ein. Wunderbare Geschichte. Harry geht gleich mal zurück. Der Rest weiß ja nicht, macht noch den Briefkasten oder so. Weiß nicht genau, was sie hier jetzt vorhaben. Der nächste Afix ist auf jeden Fall auch am Start. Wieder gedoppelt mit der gespaltenen Persönlichkeit. Ach, er hat noch eine Truhe erspielt hier. Jawohl. Und das Tolle ist, Hänsel und Gretel-Style aufgrund dieser ganzen Voids, verirrt man sich natürlich nicht. Man legt so eine eigene kleine Brot-Kumen, Kumen, Alter, eine Krumenspur der Lehre. Großartig. Passende Mount hat er ja auch vom Zotti-Kill. Von daher scheinen sie auch mit der Mechanik, die ich eben angesprochen habe, nicht so die Probleme gehabt zu haben. Oh, und jetzt hier auch ein Gewusel, liebe Leute. Im Rahmen der Puls ist natürlich mega ekelhaft. Da bist du dann desorientiert. Das ist generell nicht so schlimm. Aber der Kram, der dich in dieser Zeit treffen kann, oder der Kram, in dem du in dieser Zeit rumwuseln musst, ist natürlich alles andere als lecker. Irgendwelche Rückstoßeffekte und Co. Ja, vielleicht auch ein eigentlich gut gemeinter Glaubenssprung vom Priester, der da retten sollte. Antimagische kann man ziehen. Negiert vollständig den Effekt von der gespaltenen Persönlichkeit. Genau. Und was mir gerade aufgefallen ist, wir haben sehr schön über die Masken geredet, Freunde. Aber ich habe die dritte noch nicht erwähnt. Und da hat Harry auch gesagt, du, ich habe ihn auch gefragt, du, was ist denn die dritte? Was ist denn hier jetzt die dritte Maske? Ja, es gibt auch eine, die sie aktiv haben. Und sobald du irgendwie unter 60% droppst mit der geistigen Gesundheit, dann werden zusätzliche Viecher und so weiter aktiv und beschworen. Aber da haben sie natürlich gesagt, gar kein Problem. Wir haben auch den Skillbaum bei der Mutter soweit schon, naja, geskillt eben, dass wir sowieso bei jedem Elite-Mob 200 Zusatzgesundheit bekommen. Was machen sie hier? So mal schön, oh, guck er aus, den Void-Zones über die Brücke hier hintereinander weg, zack, zerab, sehr, sehr schöne Geschichte. Und davon sollten sie hier nicht allzu viel merken. Und wenn doch, wir sehen, dass sie sind jetzt hier schon bei der Hälfte vom Rexxar-Teil und haben immer noch auch drei Kugeln. Also das funktioniert wunderbar. Generell, letztens kam auch die Frage im Stream, wie mächtig ist denn dieser Talentbaum bei der Mutter? Zum einen lohnt es sich generell, alles da drin zu skillen, weil ihr schaltet dadurch ja auch wieder Erfolge frei. Ihr könnt euch dann irgendwie Rucksäcke bei Furorion beziehungsweise Reittiere kaufen und so weiter und so fort. Selbiges auch bei den Fünf Masken, wenn ihr mich nicht irre. Da gibt es auch dann nagelneue und wunderschöne Erfolgsbelohnungen. Also es lohnt sich schon, da mal ein Auge drauf zu werfen und die Bonis an sich, gerade das Endtalent mit Gabe der Titan oder dieser besagte Trade des Elite-Gegner beim Kill einfach nochmal 200 geistige Gesundheit dazugeben. Oh, ganz unangenehme Situation jetzt hier für Harry gerade. Oh, 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 ganz, ganz ekelhaft, ne? Da sehen wir, wie so ein doppelter Affix und dann eine Sekunde der Unachtsamkeit wirklich komplett dein ganzes Leben auseinandernehmen kann. Oh, belastend, Freunde. Sehr, sehr belastend und gerade auch dieser Akir Mindhunter, dieser Gedankengäger hier, super ekelhaft mit seinen zusätzlichen Void-Effekten. So viel Grün, so viel Schaden auf die geistige Gesundheit, das tut sogar dem Blut-Todesritter weh, weil die Antimagische ist leider kein dauerhaftes Passive-Talent. Regt mich auch immer wieder auf, dennoch für unsere Gruppe nicht so das Problem und selbst wenn mal einer stirbt, da sind wir wieder bei den Trades. Zack, einfach wiederbeleben kann man auch skillen, dass das keine eigene geistige Gesundheit kostet. Ansonsten müsst ihr beim Wiederbeleben Teile eurer Gesundheit opfern. Auch nicht ganz so schön. Jetzt ja ein riesiges Gewusel durch die ganzen Pools von den Kollegen. Um Gottes Willen, zum Glück zieht das nicht ganz so viel ab. Da kann man ruhig im Notfall auch mal den einen oder anderen mitnehmen. Ja, das war die dritte Maske. Das ist so ein bisschen, ja, das Bonus-Gewusel, was man dann im Baum der Mutter entsprechend freischalten kann. Und das sollte man wirklich tun, zumal diese Gabe der Titanen als Endtalent, oh, ganz ekelhafte Position für den Vier. Freunde, diese schwarzen Flammen, die sind wirklich sehr, sehr ungesund, aber auch das war auszuhalten für unsere Truppe hier sehr schön. Einfach, ne, mit dem Kopf durch die Schattenflammenwand, man kennt es. Und auch die Gabe der Titanen, die dann Bonus-Tempo gibt und Verfall von geistiger Gesundheit nahezu vollständig, ja, entsprechend immunisiert oder negiert. Ja, ihr seid dann immun gegen solche räudigen Effekte. Von daher lohnt es sich, Freunde. Es lohnt sich, die Augen aufzumachen beim Skillen, beim Verbessern, beim Looten und Leveln und natürlich auch generell beim Spielen der Visionen, sei es mit Maske oder nicht. Und wir sehen jetzt sehr schön, wie die kleinen Tippelschritte auch schon solche Void-Pfützen da auslösen können. Und da hat es natürlich belastend, zumal wir auch früher oder später moving müssen. Ich bin auf den Endkampf sehr gespannt. Ich meine, schadenstechnisch sehen wir hier, ob Rexha jetzt irgendwie auch gebufft ist oder nicht. Das ist unserer Truppe relativ egal. Noch schön ein paar Verderbnis-Laser mit drüber, Drachen, Odem und Co. Die Schweine ein bisschen CC, ein bisschen kicken und wenn Rexha dann umgeroffelt ist, dann sollte es das an dieser Stelle auch gewesen sein. Die Schweine an sich sehr gefährlich, Freunde. Die sollte man unterbrechen. Die sollte man auch im Endkampf gegen Thrall unbedingt zuerst wegrömmeln. Sollte man nicht in der Lage sein, die ständig durchzu-CC-en oder whatever, weil die casten auch und das nicht zu knapp und auch das zieht natürlich nicht nur das normale Leben ab. Es geht zurück. Eine Kugel haben sie jetzt benutzt. Wir sehen aber durch den Rexha-Kill eigentlich sofort wieder 200 plus auf Nacken. Das heißt, vor dem Kill wie nach dem Kill verfügen sie hier über nahezu vollständige geistige Gesundheit und können sich jetzt den nächsten Vierteln widmen und wir sehen schon hier wieder sehr genau, wie man hier gelaufen ist. Die Pools, die sind deutlich sichtbar und stellenweise sogar so übereinander gelappt. Wir haben es eben gesehen, Harry macht einen Schritt, zack, 15 Gesundheit weg. Leck mich doch, hat er vor ihm gedacht. Wie bei Mario Kart, eine Banane gelegt. So schnell kann es dann gehen. Es geht zu Zekan, zum guten Zekan, wo man auch wieder durch Positioning die eine oder andere Sekunde sparen kann, indem man genau hier zum Beispiel den Kollegen hier hinten bekämpft und nicht da vorne, denn Zekan läuft sonst immer wieder zu der letzten Position. Wenn ihr den also in Fight haltet und bekämpft hier vorne erst die kleinen Lehrendiener und zieht ihn dann quasi vor zu diesem großen, lustigen, gesichtslosen Koloss der Farbe Rot, ja, ganz seltenes Exemplar, dann läuft er wieder zurück zu der Ausgangsposition, wo der Fight eben für ihn begonnen hat. Also auch da kann man ein paar Sekunden sparen. Bei uns bisher egal, weil wir nicht zuerst das Zekan-Schamanenviertel, sondern das andere mit Geyara und den Elite-Gesichtslosen gemacht haben, aber so, wir sehen es jetzt auch hier bei unserer Truppe, die machen dieselbe Erfahrung gerade, dass Zekan jetzt das erste Mal zurückgelaufen ist und erst jetzt so ganz langsam angetippelt kommt mit den Dunkelsperr-Elite-Soldaten und jetzt ist hier erst offen. Ist jetzt eine Sache von wenigen Sekunden gewesen, aber wir wissen als M-Plus-Spieler, als jemand, der gerne die Vision auch mal schnell durchpimmelt, sind das Sekunden, die kann man eben einfach mitnehmen, indem man den Boss dann etwas weiter vorne bei Zekan eben spielt, der charget ja eh wild durch die Gegend, ne, und bevor es dann da zu längeren Komplikationen kommt, dann einfach in Richtung Anfang ziehen den Kollegen. Ja, Freunde, was soll ich noch sagen, das war eigentlich alles soweit zu den Visionen jetzt, ne, wir haben uns genauestens angehört und angesehen, was die Masken jetzt können, ich hab ein bisschen drüber gesprochen, wie wichtig der Baum ist, das sollte man definitiv im Hinterkopf behalten und auch wenn man da Probleme hat, kann man auch die kleinen täglichen Visionen in Uldum und im Tal der ewigen Blüten eben benutzen, um solche Mementos, diese Marken eben zu sammeln und wie viele Münzen gibt es jetzt hier zum Beispiel mit den Masken, wie viele waren das, das war auch irgendein zweistelliger simpler Bereich, da hätte ich jetzt auch gedacht, dass die komplett eskalieren, wenn man es hier mit diesen Bonus-Affixen spielt, auch in diesem Viertel wieder zwei, die brennenden Füße und diese Käferplage, da hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass in den Kisten dann, die man ja auch entsprechend skillen muss, wenigstens deutlich mehr Münzen sind, damit sich das doppelt und dreifach lohnt, aber gut, wir kriegen halt schon mehr Loot und coole Erfolge und Co., von daher vielleicht auch nicht noch mehr Münzen, soll ja auch eine ganze Weile dauern, bis man sich da Rucksack und Mount und was nicht alles leisten kann, also, wer da Probleme hat vorne, denkt dran, es rennt alles nicht weg, stresst euch nach wie vor dann nicht und vergesst auf jeden Fall nicht, dass ihr bei der Mutter ganz, ganz viele und sehr essentielle Talente auch skillen könntet, denn egal, wie gut ihr spielt gegen diese tickende Verderbnis, ja, und dann habt ihr vielleicht einen unverbesserten, einen unverbesserten, ja, einen nicht ganz so geil aufgewerteten Umhang und so, da könnt ihr einfach nicht viel gegen machen, ja, da ist egal, was ihr für ein geiler M-Plus-Spieler oder Musik-Raider oder wer auch immer seid, wenn ihr da nicht genug investiert habt und irgendwie eure geistige Gesundheit auf Vordermann bringt, dann nützt das eben alles nichts, deswegen vergesst auf jeden Fall nicht, da regelmäßig auch reinzuschauen oder eben ein bisschen mehr Farmzeit auch außerhalb dieser Daily, die man hier jedes Mal abschließen kann in diesen Visionen, also denkt dran, da auch möglicherweise mehr Zeit rein zu investieren. So, der Boss könnte auch schon ein Problem werden, der spaltet ja immer wieder genau mit seiner Hoffnungslosigkeit diese Seelenfragmente ab, auch das hat er wunderbar hier gerade mit der Antimagischen einfach komplett negiert, war da wieder immunisiert, Freunde, was für tolle Phrasen, die hier wieder gedrescht werden können und wir sehen das wirklich wie diese Pools, also man muss da schon minutiös drauf achten und das Tolle ist, nicht nur man selber, sondern die ganze Gruppe, auch jetzt hier selber halb eingebaut, die Kugel sonst wohin geflogen, jetzt muss er hier den Silence-Effekt einfach mal aushalten, auch das mit diesen verstärkten Bonus-Abwichsen vom Viertel und die Mobs betreffen nicht gerade geil, auch als Blutdicker, nicht nur, da kriegst du einfach in die Fresse, muss hoffen, dass du ein bisschen was parierst und jetzt geht es hier weiter zur guten Gejara, sie haben noch zwei Kugelaufladungen, wir sehen, wie viel geistige Gesundheit sie auch alle noch haben, alle über 1000, ja auch da wieder dieser besagte Trade, sehr, sehr schön, vergesst nicht hier links jetzt gerade in den Friseurladen reinzugehen, da wird euch dann eine Glatze geschnitten, geil, das ist eigentlich der Bonus, endlich Ostdeutsch-WOW-Spielen, Lell, und dann steht da eine Kiste nahe des Eingangs und da ist ein Spielzeug drin, also wenn ihr hier unterwegs seid, dieses Spielzeug sichern und das ist natürlich, na richtig, eine Glatzschneidemaschine, die könnt ihr dann stellen und alle können sich eine Glatze schneiden, habe ich letztens mal im Raid gestellt, hat die Spieler und Spielerinnen von weiblichen Chars vor allem sehr gefreut, gerade unsere weiblichen Blutelfen, die dann erstmal 10 Minuten mit Glatze rumgelaufen sind. Freunde, manchmal muss es so sein, ja, die Ostdeutsche, die Ostdeutsche Einflussmaschine, sie ist einfach ein Toy in W.O.W., toll. Wir machen weiter in diesem schönen Viertel, was an sich ein schönes Viertel sein könnte, aber die Mobs sind so ekelhaft, ne, ich finde den Endboss gar nicht mal so schlimm, gerade als Mini stehst du halt dran, ja, stehst nicht vor ihm, kriegst den Laser nicht ab, die Kugeln jucken dich nicht, alles cool, aber guckt euch da an, was hier passiert, oder? Seht ihr, was hier passiert? Ich nehme mich nicht, ich sehe nur Lila, ich sehe nur tausende lila Effekte, die Hälfte davon unsere eigenen vom Corrupted Gear, ansonsten Voils und Pools und diese grabenden Tentakel, die wir auch im Handel zu strikt von Sturmwind haben, wo auch immer mal wieder jemand von unserer Gruppe da zerfetzt wird, oh, zieht da Antimagische? Ja, wollte ich sagen, das war nämlich ein bisschen zu eng, gerade noch mit der gespaltenen Persönlichkeit, die ihn zusätzlich da eingeengt hat, da sollte man gucken, dass man wirklich Land gewinnt, und jetzt der nächste große Hulk hier, der Malkurock-Cosplayer, Freunde, kennen wir noch alle das Modell, und hier wird auch hin und wieder der gute Tank einfach geworfen, laut Bolias und laut Rocktool, die immer wieder die einzig Betroffenen von dieser Fähigkeit sind, wird der Tank auf den Spieler geworfen, der am weitesten entfernt ist und der gute Mob jumpt da natürlich auch noch hinterher. Nehmen sie die Briefkästen gar nicht mit, die haben alle schon den Postmampfer oder wollen jetzt hier nicht noch mehr Zeit verschwenden, ich weiß es nicht, bei dem Schaden, den die drücken, reicht es aber vielleicht auch aus, wenn sie irgendwie den letzten, der noch nicht aufgemountet ist, kurz abstellen, ja, um irgendwie den Briefkasten zu öffnen und Solo zu spielen, also das, was da rauskommt, ist ja im seltensten Fall auch nervig, wobei man nicht weiß, wie es aussieht, wenn auch diese Viecher von den generellen Masken-Boni eben verstärkt werden. Gleich geht es über die Brücke und diesen Mob finde ich am schlimmsten, habe es eben schon angeteasert, finde den Endboss gar nicht so schlimm, gerade als Millie finde die Mobs gehen auch an sich, wenn man so ein bisschen mit der gespaltenen Persönlichkeit rechnet, ja, und jetzt hier vielleicht auch nicht die komplette, die komplette Brücke mit diesen leeren Pools voll sotscht, weil er auch reutig, da laufen drei Millies rüber, ja, das war's, kommst du nicht mehr rüber, ohne deine gesamte geistige Gesundheit zu opfern, belastende Geschichte und dementsprechend dieses Blutvieh hier rechts, was seine Eingeweide auskotzt und nicht nur leeren Pools, sondern auch Blutpools überall hin reihert, das ist alles nicht schön. Wir sehen bei uns, wer gerade an diesem übergroßen Kollegen da hinten an unserem Magier, dass er die Gabe der Titanen auch anhat, ne, dann kann man bestimmt auch über die Pools flitzen, gebe mal keine tausendprozentige Garantie, wer weiß, wie die Maskenabwichse auch diverse Skillpunkte und so weiter stellenweise aushebeln können, aber dann seid ihr eben eigentlich immun gegen sämtliche Verfallsarten und solltet auch da dann so eine vollgesotzte Brücke eigentlich bewältigen können, ohne großartig heulen und oder kotzen zu müssen. Bin gespannt, ob sie dann jetzt vorm Boss, weil unser Schorke sieht nicht mehr ganz so geil aus, ob sie jetzt vorm Endboss dieses Viertels nochmal die Kugel stellen, weil der Kollege dürfte ja auch nochmal ein bisschen was bringen, da läuft auch noch ein so ein Gedankenpeitscher mit rum, aber ob ihm das nicht trotzdem zu heiß ist mit ein bisschen über 300, ich weiß ja nicht, Freunde, ich weiß ja nicht. Unser Mage ist so groß geworden, nehme ich an, weil er nicht nur Gabe der Titan aktiv hatte, sondern, ja, sie stellen nochmal eine Kugel, sondern, weil er auch Zauberraub benutzt hat. Ich weiß aber nicht, ob es hier wirklich irgendwie Buffs gibt, die sich mega, mega lohnen. Ja, das war's eigentlich, ich überlege gerade, ob es hier, ich meine, das sind Caster, so kann es auch durchaus sein, dass da von den Gedankenpeitschern mal irgendwie ein Bonus-Magic-Damage geklaut werden kann oder so, ansonsten werdet ihr halt größer, liebe Leute, also benutzt auf jeden Fall, benutzt auf jeden Fall Zauberraub, liebe Magier, liebe Schamalen, benutzt Reinigen und so weiter, Magiebannung als Priester, wie es nicht immer alles mittlerweile heißt, damit die Mobs auch deutlich kleiner werden. Das muss auch mal sein, eine Erektion gönnen wir denen hier nicht noch, Freunde, in so einer Vision. So weit kommt es noch, oder was? Alte Götter nicht besiegen, alte Götter befriedigen. So eine Alternative habe ich zumindest noch nicht in WoW gesehen, aber sicherlich gibt es irgendwo in einem kleinen gallischen Dorf ein Forum, in dem sowas gefordert wird. Ich hoffe nur, dass ich es nie entdecken werde. Schön, auch dieses Viertel soweit geklaert. Sie haben jetzt alles fertig, sie haben immer noch eine volle Kugel, sie erfreuen sich aufgrund besagter Verbesserungen auch nahezu voller geistiger Gesundheit nach diesem Fight, wo auch hier und da auch von unserem Harry ein bisschen verkackt wurde und das ist immer ganz schön, das kennen wir ja von meinen eigenen Re- Replays, Alter, ganz schwieriges Wort auf einmal, Replay, was soll das sein? Kriegt meine verwöhnte europäische Zunge in den letzten Minuten nicht mehr hin. Und da passiert das einfach, ja, je länger die Zeitachse, Freunde, umso höher steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer irgendwann mal verkackt und wir haben in all unseren Replays gesehen, dass man auch als nicht Maschine, als nicht komplett perfekt programmierter Bot hier alles bewältigen kann, selbst wenn es hier und da kleinere Probleme gibt. Oh, sie wollen ihn hier vorne jetzt machen und den Kugelbonus noch mitnehmen, damit sie überall stehen bleiben können, das ist clever, weil die Kugel regeneriert ja wirklich so lange, wie sie steht, kann aber nur Outfight gestellt werden, deswegen pullen sie jetzt dazu, aber wir sehen schon mit den Schweinen, mit den Fähigkeiten von Thrall, ja, mit der Hoffnungslosigkeit, die jetzt kommt, wo sie Kugeln wieder suchen müssen, dann jumpt er bestimmt gleich in die Mitte, jawohl, dann geht dieser lustige Wirbel von außen nach innen oder andersrum los, die Schweine haben sie vorne gleich weggelasert, ist natürlich super, Höllenbästchen rein, AOE, ja, und das haben sie glaube ich gerade auch nicht kaputt bekommen und da können wir uns anstellen, wie wir wollen, egal welcher Affix auch in diesem Viertel ready ist, wir kriegen dieses Schild bei dem Mob in der Gasse mit Garona absolut problemlos down, aber hier in dieser Phase, wenn da nicht jeder irgendwie positiv profitiert von diesem Desynchronisieren, wo ihr mal schneller oder mal langsamer werdet oder irgendwie generell Cooldowns für dieses Schild aufgehoben habt, dann kommt das immer durch, ist jetzt nicht so das Problem, wenn man hier mit nahezu voller geistiger Gesundheit reingeht, dann sollte man hier fast alle Fähigkeiten in die Fresse kriegen können und mit dem Schaden, den sie fahren, trotzdem ohne Probleme rauskommen, aber liebe Leute, das geht mir immer auf den Sack, da hämmerst du alles rein und er so, ich hab immer noch ein Schild, lol, was für ein mieser Hund und wir haben es gesehen, kein Problem für unsere Gruppe, ja, mit Kampfrausch und Co. hier einfach mal durchgerömmelt, warum steht da gerade eher 12 Minuten Cooldown auf Kampfrausch? Was ist das, Erschöpfung damit, jetzt wieder 10, okay, frag mich nicht, was das war, 472, was ist da denn los? Was war da denn los mit dem Gear, oder? Holy Shit, hier wird schön geludet, jawollo und das war ein sehr, sehr schöner Run, Freunde, beeindruckend, wie sauber die das hier durchspielen in den ersten Wochen, nah wie vor, ja, mit so vielen lustigen Zusatz, naja, Schlechtheiten, so fasse ich das jetzt zusammen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen, vielen Dank fürs Zuschicken, es war mir ein wahres Fest, ich hoffe, ihr konntet auch wieder einiges von diesem Replay mitnehmen und wir hören uns dann im nächsten, wenn ihr wollt. Macht es gut, haut rein und tschau's! Yeah. Ja. Vielen Dank.